Okay, weiter geht's. Bill Gates. Super Match mit Adler. Da steckt der Adler drin. So, was? Wie lange kannst du denn heute machen? Also wie lange wirst du ungefähr machen? Mal schauen, wenn meine Freunde schlafen gehen würde, dann kann ich halt nicht mehr reden. Nein, jetzt habe ich erst mal 24 Uhr bestellt für uns und ja, dann tue ich da auch erst mal was essen. Könnt ihr ja noch irgendwas anschauen oder so ein Filmchen oder so. So ein Liebesfilm oder so. Also bis zwölf darf ich noch reden. Bis zwölf. Ich würde jetzt sagen, wir probieren es nochmal da drüben, aber wir kommen nicht so weit geflogen. Wir können versuchen hier irgendwo vielleicht in die Mitte oder so reinzugehen und da was zu finden. Okay. Alles klar. Wollen wir da zu einem Punkt gehen, wo ich ein Gesetz habe? Ja, genau. Ich muss aber schnell runter gleich. Okay. Ich springe, wenn der Pfeil bei 200 ist. Also 3, 2, 1, jetzt. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, leider. Wurde eine kurze Runde. Ja, wahrscheinlich. Oder wir sind so gut und alle hauen ab. Ach du guck dir mal, wie viele Fallschirme da sind. Da rechts ist ein kleines Siegel, kommst du dann auch hin? Rechts, 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 rechts. Auf dem Berg? Rechts, rechts, da wo bin ich? Nein, nein, hier drüben neben dem See. Das ist nicht rechts, das ist links bei mir. Für mich war das rechts. Jetzt. Lass mich nichts los. Okay, das sind auch nur 2 Häuser. Okay. Dann überlebt mal, du bist klar. Darf ich? Ich komm zu dir rüber. Wenn du es schaffst. Naja, im Überleben bin ich eigentlich immer gut. Ich komm meistens schon in die Top 10 beim Solo. Also öfters. Ich bin da. Hier steht ein Fahrrad aus. Kann man das nehmen? Hier ist fast nichts. Nicht meine Pistole? Doch, hier liegt die Pistole mit Muni. Also ich habe schon ein Ding genommen auch, weißt du. Hier liegt noch eine Rucksack Stufe 2. Okay, aber du kriegst eine Stufe 1. Nein! Ich kann dir vielleicht noch eine Uzi droppen, wenn du willst. Nee, gib mir erstmal die Pistole und bin ich erstmal zufrieden. Hier liegt noch ein Helm. Alles klar. Ich folge dir unauffällig. Ich gehe in die Straße und hoffe, dass ich da irgendwas finde. Und dass sie nicht allzu viele Gegner sind. Ein bisschen im Kreis. Das ist immer gut. Die Tür ist noch zu, das ist schon mal gut. Naja, also ich mache meine Türen auch immer zu, wenn ich gehe. Oder reingehe. Man weiß ja nie. Ah, ich habe ja guten Helm abgelegt. Hier liegt eine Barrel M62. Zwei Schutzwesten. Die eine Schutzweste und ein Rucksack. Die Schutzweste habe ich schon. Lass sie ihn nehmen. Okay. Platz da. Patrone gut. Ui. Hier ist eine Uzi. Leider abgelegt. Rotpunkt Visier. Leider abgelegt. Rotpunkt Visier. Nehme ich mal zu mir. Hier liegt noch eine Brechstange drin. Braucht man nicht. So. Brauchst du Zweifach Visier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ne, ne. Kannst du zurück annehmen. hast du eine m4 16 oder vektor ich hab noch praktisches lager dafür ich habe bloß eine sturmwaffe und eine pistole bloß brauchst du hast brauchst du 45 acp für die pistole jage ich komm zu dir und glaubst du dir ganz da bei uns im schlüssel ich troppte jetzt die 45 acp neben dir nordwestlich war das alles klar danke dir so sieht es eigentlich aus wir könnten ich mach mal markierung könnten ja dahin gehen unter dem boot camp ja das war ja doch probieren ja das war du hoffen dass mich aus dem boot camp heraus erschossen werden naja sind ja so viele bäume hier das wäre schon eine kunst für sich ok gut andersrum wenn die leute controller spielen das ist dann natürlich ja mit controller ist einfach nicht so gut wie ziel wie mit massentransaktur fertig aus ja klar das ist wahrscheinlich konnte strike wahrscheinlich nie für die plätze gekommen das gab ja für die playstation aber das können kann auch sagt global hieß das glaube ich ne also das aktuelle heißt global offensive hast du nie was von der tür gehörten holo willst du die nehmen oder du brauchst du nicht ich habe schon auf meiner um keine holo und auf dem anderen habe ich zweifach visier brauche ich also nicht also was hast du eigentlich medizin mäßig medizin mäßig habe ich gerade gar nichts hier liegt ein verband zwei verbände nehmen die mal ich habe ich habe schon zwei medipacks hier liegt noch barrel m7 62 ja dann nehme ich die mal mit habe ich wenigstens zwei waffen ja toll jetzt habe ich die zweimal die gleiche waffe oder wie hier liegt auch noch mk 47 mutant das schießt hier 7,62 mm davon habe ich auch genug schoß kann ich ein paar abgeben wenn du keine hast ja dann nehme ich die mal lieber umweichern ich habe die doppelt gerade was schießt die barrel auch 7,62 mm davon haben wir nicht so wahrscheinlich genug was habe ich gemacht du idiot ich gehe mal das nachbarhaus du legt mir m16 ich glaube hier liegt eine 45 acp qbz ob ich keine ahnung ob das jetzt noch mal eine qbz glaube die könnte ich mir überlegen zu nehmen statt der ump es schießt ein t5,56 da kommt ein auto ich bin gerade draußen ich komme wieder rein von wo das ist glaube ich westlich von uns ja ist wieder weg ok ne nehme ich nicht die qbz dafür habe ich die munition nicht hier liegt noch eine schrotflinde eine kleine handfeuerwaffe dann ein zweifaches zielfernrohr noch eins ok brauchst du kannst du es gebrauchen ja klar nehm ok ich habe schon eins für meine ak das reicht nicht ja sie hat die frage welche waffe dann ne mal das dafür wenn ich noch drin jage ja ja es ist immer schwer zu sagen welche waffe wirklich besser ist das hat nur so eine sache so ist die so wie sieht es denn aus wir könnten bei der brücke ich weiß nicht wir könnten da hingehen da neben der brücke am fluss entlang ne heisst du die brücke ist immer risikovolle ich meine an der brücke vorbei über dem fluss meine ich ja aber in der stadt ist es auch vor allem von der brücke gucken die halt auch gerne mal oder wir probieren also da werden wir halt zentral oder wir probieren es hier außen rum ja warte mal was der nächste kreis ist da können wir ja immer noch entscheiden würde ich sagen ja so ist gleich die fenster sind einfach zu hoch wenn du zielst das sind die so genaue sichthöhe ok eigentlich können wir bleiben ja dann bleiben wir hier nördlich wird geschossen und östlich die tiding ist für gewöhnlich einfacher als angreifen normalerweise ja das problem ist der raum hat zwei eingänge dafür nur ein fenster darfst du nicht vergessen ja da muss ja jeder auf die frage ist wo schaut jeder hin ich gucke auf die hintere tür auf jeden fall sicherheitshalber ja ich gucke aus dem fenster raus dass ich sehe wenn jemand von vorne kommt mhm 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 mh mhm 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 Da hinten geht Lucian. Was sollen sie machen? Es ist schön wenigstens, dass es wenigstens auch Überlebenspunkte gibt, das ist wenigstens auch schon mal wichtig. Bei anderen Spielen ist es nicht der Fall. Einige Spiele sind aber auch auf Überleben ausgelegt. Es regnet jetzt auch noch. Wo guckst du denn hin? Das Fenster. Du kannst die Kamera bewegen. Wenn er alles gedrückt hat, kannst du die Kamera bewegen, ohne dass dein Körper sich bewegt. Achso. Okay. Musste ich auch nicht. Alles klar. Da habe ich es hingelegt, so nach dem Motto, da sieht dich keiner auf jeden Fall. Hahaha, wir sind immer noch im Zielbereich. Hey, nice. Das ist lustig, weil du guckst gegen die Wand, aber du guckst aus dem Fenster als Spieler. Ich kann ja aus dem Fenster gucken, wenn das Fenster über seinem Rücken ist. 28. Oh, da ist Hauptschlüsse gerade. Ich sehe aber noch keinen. Das war doch ganz nicht nah der Schuss, ne? Ja. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, war nicht auf uns gerichtet, zumindest. Das hätten wir gemerkt, wäre der auf uns gerichtet gewesen. Fahrzeug aus Südwesten. Mhm. Fährt aber südlich anders vorbei. Okay. Ja, entfernt sich wieder. Weg. Schüsse aus dem Westen. Die kommen wahrscheinlich auf uns zu jetzt. Wegen der Zone. Mhm. Ich behalte mal die Tür im Auge. Wenn sie reinkommen sollten. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Ob die Mehrfachschuss hat oder Einzelschuss. Keine Ahnung. Aber es sieht nach Mehrfachschuss aus. Und welche Waffe von den beiden Waffen am meisten Schaden macht, weiß ich auch nicht. Katastrophe. Ich muss mich wahrscheinlich mal besser im Trainingslager. Beschäftigen. Oh, du dreckst Flugzeug verschwinde. Ich höre nichts. 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 Die Schüsse sind echt nah. Aufpassen. Dein Nachladen war lauter wie die Schüsse. okay ja müssen aufpassen die kommen gleich wahrscheinlich ja müssen doch gleich bewegen wir warten aber noch ein bisschen 40 sekunden haben aber wenn wir jetzt rausgehen kriegen die uns wahrscheinlich langsam müssen wir zehn sekunden noch ja okay dann ich schaue in die richtung ich renne nimm das fahrrad mit so man dreht ja gar nicht mit ich sondern mit den 3 naja ok die wand kommt schon müssen aufpassen das wird wahrscheinlich in den häusern welches sein ja links von uns mich haben sie gleich erwischt ich habe nicht mal gesehen wo der erst war da hat nur bei dir das baller gesehen und plötzlich das ist das problem wenn es darauf ankommt und läufst und läufst und plötzlich kommt sie von der seite ja die kleineren das ist das problem wenn die zone kommt wenn du fech hast ja das was ich habe überlegt läuft jetzt voll zu stein und dann nimmst du ein energy drink und dann guckst du noch mal irgendwie wo es mir ein string nichts mehr auch mal keine 20 minuten überlebt naja 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 ich würde wahrscheinlich aber gleich duschen gehen ok noch eine runde oder bin ich ne ich würde jetzt duschen gehen und dann danach wieder kommen oder wäre das problem oder willst du noch eine runde wegen der aufnahme machen oder was ja würde ich sagen wir haben jetzt gerade nach der aufnahme jetzt erstmal eine runde kann man aufmachen kann man auch machen wenn es ok ist oder ist das dritte match jetzt bei uns ist gewesen das war das dritte gerade ja genau genau so spiele wenn nicht mal machen die schnelle runter so eine schnelle runde spring raus ohne fallschirm hast du eigentlich schon mal den event die menschen schon gesehen ja 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 schon gesehen was sechs stunden nach dem herauskommen ist okay was sagst du das finde ich weiß nicht also wo ich ihn gesehen habe dachte ich okay für ein trailer ist das bisher sehr mager es ist ein teaser ein ja klar ich weiß aber ich werde auch gar nicht mehr davon ganz ehrlich das reicht mir völlig aus naja auf jeden fall wie es weiter geht also weil wenn es viel mehr können sie nicht zeigen also würden sie zu viel verraten weil das ende war ja echt offen von infinity war du weißt ja gar nicht was jetzt passiert und die märkte macht das zu mehr besteht möglich dass halt irgendwelche zeug verweist also deswegen ist man ja klar 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 aber ich war ein bisschen action oder sowas zu zeigen aber sowas hat man ja auch nicht gesehen zur exten sequenzen ja aber dann sind wir bei action sind wahrscheinlich ein paar charaktere dabei wo dann denkst du ja das war wieder oben am strand probieren ja können wir machen oder zentral machen wir noch mal im strahl hier da ja genau 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 da war ich gerade so schlecht vielleicht haben wir noch mal wieder glück 321 über den wolken so sehe ich jetzt also ich habe stiefel an ich habe keine leute auch von dem her sieht gut aus erst mal jetzt werden wir gleich sehen je nach wie viel falsch wir gleich aufgehen 50 menschen wenn sie spieler ich gehe gleich an die docks hier ich gehe kurz sehr klein aber so hier oben durch und dann brauche ich runter nach platte doch nach erst mal eine doppelläufige ist natürlich echt jetzt noch nie benutzt dass sie nie habe ich noch nie haben allerdings ja ich nehme es ja halt welcher kann nichts anderes auf so ungefähr weißt du ich habe einen rucksack ich habe keine rucksack ich habe keine rucksack leider nur ein schutzweite schutzweite machete ach ja ok habe ich level 2 hier ist noch ein äh schutzweite schutzweite m16 brauchst du oder eine ak ne ich habe schon eine m416 das brauche ich nicht ich habe eine sniper und eine m416 hier ist eine vektor vektor ne ich brauche nur eine handfeuerwaffe wenn überhaupt noch hm ich habe ja noch zwei westen hier rum aber hier kommst du wahrscheinlich nicht so schnell ne ne ich habe einen mp kompensator ne rollo visier das nehme ich aber selber ne 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 android nur ne 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 es navy S12K, Spruchschwinter, hier in dem Haus, wo ich drin bin. Ich sehe ja die Markierung. Oh ja, eine Pistole sehen wir schon. Noch eine S12K. So, was haben wir denn hier? Medikit? Hier ist noch ein Rohlevisier. Hm, ok, komm mal. Ja. Hast du einen MP-Kompensator? Hast du eine MP? Ich habe eine MP, ja. Hier liegt einer. So, was war jetzt hier noch? Was war nur zwei Sachen, glaube ich. War unten am Strand noch was? Hast du irgendwas nicht geguckt? Ich habe nur die ersten zwei geschaut, da war noch nichts dabei. Ok, da gucke ich noch bei der anderen hinten dran. Wir haben ein Boot übrigens, das können wir auch nutzen, um mitzufahren. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier und nehmen dann das Boot danach. Ich habe eine Rucksackstufe. Oh, eine Rucksackstufe. Also, falls du eine Rucksackstufe 2 haben willst, hier liegt einer, weil ich habe gerade eine Stufe 3 gefunden. Ich habe eine. Stufe 2. Okay. Ich habe gerade Stufe 3 gefunden. Zweimal Schmerzmittel. Verband. Polizeiweste liegt hier noch. 9mm Molotow habe ich genommen. Wir liegen noch 7,62 Millimeter Patronen. In Helm Stufe 2. Hm, habe ich ja. So, was habe ich denn noch jetzt hier? Ich habe jetzt hier noch... Schnellgriff Magazin. Hast du 5,56 Millimeter eventuell noch? Ich habe 5,56 Millimeter hier. Wenn du die brauchst. Wenn du sie brauchst, dann nehme ich die Mutant. Wir brauchen auch andere Munition. Habe abgelegt. Wie viel ist das? 60 Schuss. Warte, warte mal. Brauche ich die selber? Warte mal kurz. Ah, warte mal. Es gibt keinen der 30 geben, wenn du willst. Nein, nein, nein. Dann nehme ich die andere. Gebt mir Sekunden. Ablegen, ablegen, ablegen. Ich habe hier noch ein taktisches... Was ist ein taktisches Lager? Achso. Für die Vector oder M... M4? Warum nicht? Mk-47 Mutant. Was verschießt die eigentlich? Hä? Ich dachte, die verschießt 7,72 Millimeter. Hä? Komm, press mal. Dann habe ich doch... Wie wurde gerade im Menü angezeigt, dass ich keine Muni für die habe. Obwohl ich 120 Schuss dafür habe. Aber egal. Ja, okay, gut. Dann bin ich ausgerüstet soweit, glaube ich. Ja. Mal gucken, was ist das Haus nebendran? War ich da schon drin? Ja. BMP liegt ja noch. Was war das hier vorne? Oh, ein Kompensator. Noch eine Vector? Welche ist jetzt die ACP? Ja, ich weiß, die liegt hier auch. Ein Haus weiter. Der Kreis ist kleiner geworden. Da müssen wir langsam bald mal los. Wir haben hier ein Boot. Wir können das Boot nehmen über den Fluss fahren. Mhm. Okay. Wo wollen wir denn hin? Wir können da in die Mitte fahren. Eventuell dahin zum Beispiel. Da, neben dem Bootcamp ein bisschen höher links. Wenn du auf die Karte guckst. Mhm. 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 Wenn wir fahren sollten. Fahren wir. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich hätte gesagt, das ist immer ein bisschen zentraler. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir jetzt hingehen sollten. Und überw Always. Ich neige schon. Ich weiß nicht. Ich audite. Aber ich wüsste jetzt mal auf. Ja, wo das ist ganz schön. Ich wüsste jetzt raus. Ich wüsste nicht. Wenn mir nicht nach dem Boot kommt. Ich wüsste nicht. Ich kann das nicht ansehen. Vielen Dank. Die Fahrphysik ist ein bisschen komisch hier, weil wenn ich einschlage, warte, wenn ich jetzt einschlage, so wie als würde ich driften irgendwie, tust du ja eigentlich auch im Boot, ist schon vorbei, das weißt du, hier links Demos ist es, aufpassen, nicht von der Brücke entschlossen werden aus Oh dieses Kantenflimmer, ich habe gerade eben gedacht, da vorne läuft, aber da weißt du nur dieses komische Kantenflimmer, was da so aussah, aber vor uns allerdings heute Mittag habe ich mich auch übelst erschrocken, ich war da Müsten-Map, lauf vor und plötzlich sehe ich so einen schwarzen Schatten rüber rennen und am Ende war es bloß ein Zaun, der aufgeploppt ist. Ah, hier war aber schon jemand. Sieht leer aus. Wo? Aufgeschossen. Von wo? Vom Strand aus, ja da unten, auch eine kleine Hütte. Oh, ich bin auch weg, bist auch tot. Ich war auch vor dir tot, ja. Ach komm, das war doch scheiße. Ach ja, alles klar, da würde ich aber jetzt duschen. Alles klar, da gehst du duschen dann. Bis dann gleich, alles klar. Oh, also das ist das Einzige, was mir an PUBG aufregt ist, ist halt Battle Royale. Du sammelst und sammelst und sammelst und da kommen die Gegner, du wirst erschossen und... Ja, das ist genau. Genau, genau. Ich habe mal Niklas gefragt, Kollegen von mir, ob der sich auch PUBG für eine Person hat. Ich habe schon einen anderen Kollegen, die dran sitzen gehabt und der so so... PUBG finde ich so scheiße, weißt du, du sammelst und sammelst und sammelst und dann wirst du von hinten erschossen. Jetzt brauchst du ein neues, sammelst, sammelst, läufst, dann wirst du wieder von hinten erschossen. Dann wirst du wieder und läufst und läufst und wirst wieder von hinten erschossen. Ja. Und dann hat er wieder irgendwas gesagt und ich so, lass mich raten, du wirst von hinten erschossen. Genau. Genau, genau. Alles klar. Okay, alles klar, dann gehst du duschen und dann hört man sich dann wieder. Alles klar. Ja, wahrscheinlich. Jo, alles klar. Jo, dann tschüss. Und für die Leute, die noch da sind oder zuschauen, ich mache jetzt ja auch kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.